Ja, moin moin und Aluna jetzt wieder zu einem weiteren Vlog mal wieder. So Freunde, ich habe lange drauf gewartet. Ihr seht, es ist eine Furche. Was heißt das? Ich bin am Pflügen. Ha! Cool! Hey, heute solltet ihr eigentlich zum Drögen kommen, heute ist ja Sonntag. Ähm, guck mal, ich nehme das Leben. Ähm, ja, mal gucken. Das müssen wir noch fertig machen, sind wir noch fertig mit dem Maisland. Ich soll jetzt erst mal pflügen, das alles nicht. Ne, heute wird neu abgelöst. Und ja, dann wollen wir mal gucken. Wie der Zoo geplügelt bekommen. Ne, sieht ganz schier aus, aber ein Korbel besteht ja noch aus Leben, ne. Und der Leben ist ja hier, empfängt er gleich an. Das sehen wir da noch nicht so lange sein. Ich denke mal anderthalb bis zwei Minuten. Mal gucken, ne. Ja, ich habe gestern, ja, gestreamt. Ich stream jetzt nicht so lange. Ich komme mal, weil mein Bruder jetzt auch einen Kanal hat. Und der möchte auch streamen. Und hast du ihn, sie gibt ja nicht. Der fliegt mir immer an, wie lange gestreamt du. Ja, mal gucken, ob wir heute am streamen. Ich denke mal, ich würde das heute Abend fällig ecken gehen. Weil der soll ja eigentlich heute zum Drögen kommen. Ich weiß aber nicht wahr. Ja, ich habe gestern gekruppert. Davon haben wir ja schon einen Blog gemacht, wo ich gekruppert habe. Also brauche ich da nicht noch eins machen. Ne, ja, 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 ja. Zack. Plus. Das ist mir ganz dringend. So. Ja, Freunde. Ne? 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 Ich muss weitermachen, ja? Also lass diesen Blog ein Däumchen da. Würde mich sehr freuen. Ne? Vielleicht machen wir vom Blog auch noch vom Drillen. Aber ich glaube nicht, dass er mir das erlauben wird. Mal gucken, ich kann nicht mehr fragen. Also, mach's gut, haut rein. Ja, die Furche ist ein bisschen schief. Bis zum nächsten Mal. Ciao.